Hey, hier ist mein Auto. Boah, bist du langweilig, Alter. Dreckiges Wichsding. Okay, warte. Das kann ja wohl nicht sein, dass ich hier so eine langweilige Scheißkarre vorm Haus hab. Ich würd' ja mal sagen, wir holen uns hier jetzt ein richtiges Auto. Ich würd' sagen, das... Das entspricht doch eher meiner Länge. Alter. What the fuck? Jawoll, Alter. Easy. Yeah. Yeah. Das ist doch mehr meine Kragenweite. Wuuuuh. Oh, shit. Nein. Ernsthaft? What the fuck? Das waren vielleicht 50 Meter. Seit wann ist man leider direkt tot? Okay, warte. Dann können wir aber unser geiles Gerät direkt mal im Straßenverkehr benutzen. Zack. Zack. Bam. So. Huch. Oh, das hab' ich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Mann, ihr seid zu weit vorne. Ich seh' das nicht mehr. Oh. Ah, hi. Was geht ab, Bro? Partner-Look. Okay, warte mal. Halt. Ich hab' Vorfahrt. Alter, what the fuck? Okay, hier möchte ich einmal nach rechts. Oh, fuck, 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 fuck. Äh, ja. Das war der ursprüngliche Plan. Okay, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Ähm. Scheiße. Äh, ich komm mir nicht mehr weg. Oh, damn. Jawohl, endlich. Was willst du denn? Au. Jetzt reicht's mir, Alter. Ich klopp dich zu. So. Oh, hi. Hier nehm ich mit. Jawohl, Alter. Mega chill. Oh. Ups. Mega chillig, wollte ich sagen. Okay, dann nehmen wir mal die Ausfahrt. Und einmal nach rechts. Ja. Entschuldigung. Das war nicht so geplant. Oh, Entschuldigung. Mann. Oh, da war noch ein Motorradfahrer. Sehr gut. Okay, hier schön nach links. Ja, easy. Es ist fast so, als würde man im eigenen Auto unterwegs sein. Muss man sich gar nicht mehr groß umgewöhnen. Alter. Junge, was fährst du in meine Vorfahrt? Okay, hier war zwar rot, aber... Hey, Ladies. Was geht ab an diesem wunderschönen Tag? Wollt ihr eventuell mitfahren? Hey, steig ein. Steig ein. Okay. Du willst nicht mitfahren? Das war die falsche Antwort. Scheiße. Nein. Fuck. Was, fähr dich? Glaubst du ja wohl selber nicht? Hier. Ich habe zwar kaum Muskeln, aber kann gegen dich gewinnen. Glaubst du? So, komm hier. Nehmen wir mal ganz kurz das Quad. Ja, Mann. So wäre es auch im echten Leben passiert. Hast du Angst vor mir? Hast du Angst vor mir? Renn. Renn. Und du mach kein scheiß Selfie, Mann. Kann ja wohl nicht wahr sein. Okay. Ich brauche wieder ein neues Auto. Hier, bring... Ey. Ich will mir gerade ein Auto ausscheaten. Wichser. Scheiße, da ist die Polizei. Ich muss so wirken wie einer von ihnen. La, 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 la. Wir sind Kollegen, Junge. Alles gut. Ich bin einer von euch. Oh, shit. Entschuldigung. Entschuldigung. Komm ich hier durch? Sehr gut. Okay. Oh, fuck. Ähm. Äh. Scheiße. Okay. Hui. Das war witzig. Okay. Ich würde sagen, wir können ja hier mal unser neues Auto spawnen. Rat Loader. Gott. Nee, Alter. Unbelievable. Ich sag dir, was unbelievable ist. Mein Auto. Bitch. Look at that. Wie soll ich denn da jetzt einsteigen? Ah, dankeschön. Kannst du bitte nochmal in die Gegend fahren? Äh. Bitte nochmal gegen fahren. Okay. Ja, noch ein bisschen. Okay. Warte. Ja. Fast. Fast. Warte. What the hell? Okay. Das ist perfekt so. Wow. Scheiße. Yeah. Ah. Ah. Look at my back. Look at my car. Ah. Yeah. Okay. Scheiße. Ich kann mir nicht... Obwohl, warte. Doch. Ich müsste... Ja, toll. Jetzt macht es einen Satz, oder was? Warte mal. Sag mal. Stehst du mal mir nicht im Weg rum? Siehst du, dass ich hier einige Probleme habe? Fuck. Ach, manno. Ja. Danke. Okay, warte mal. Das hat sogar vielleicht was gebracht. Ja, toll. Super. Alter. Hört ihr mal auf, gegen mein Auto zu fahren? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Verfolgungsjagd. Die Verfolgungsjagd. Oh fuck. Oh fuck. Nein. Okay, warte mal. Alter. Ich glaube, ich komme hier nicht hoch. Puh. Als ob. Okay. Das wird jetzt... Sag mal. Wirst du mal auf mich hereinzurasen? Oh Gott, Alter. Ja, so kommen wir auch nicht weiter. Hört auf, auf mich zu schießen, Alter. Boah. Jetzt... Ja, toll. Wieso fährt der auch unter mich drunter? Ist der komplett bekloppt, oder was? Jetzt bin ich wieder tot. Ah, hier sind wir richtig. Okay. Nee, hä? Hier bin ich falsch. Wer seid ihr denn? Ah, da ist mein Auto. Warte mal, warte mal. Halt. Hier, stoppen bitte. Danke. Ja, I turned this around. Komm, hier. Aussteigen. Ladies, es tut mir leid. Aber das Auto gehört jetzt mir. Nee, Jesus hat damit nichts zu tun. Alter. Ernsthaft? Das war nicht mal schnell. Boah, nee, jetzt kommt mir die Bullerei schon wieder. Nein. Nein, ich nicht dead. Bin ich dein dead, sorry. Mann, steig ein, du Blödi. Jetzt muss ich aber wieder vor der Polizei flüchten. Es nimmt einfach kein Ende. Oh, fuck, fuck, fuck. Nein, 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 nein. Alles geplant. Das war aber wie aus dem Lehrbuch. Ja, mal hören. Ja, ja, ja. Alter. Wisst du, die eine scheiß halbe Drehung hättest du jetzt auch noch machen können. Ja. Umgefahren. Alter. Das sind auch geile, geile Leute. Die fahren einfach weiter. Warte, 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 warte. Buh. Scheiße. Alter, was machen die? Die fahren hier mit 100 durch. Alter, hier stehen Leute auf der Straße und schießen. Ja, das machst du so. Alter, der hilft mir ja richtig. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Sehr schön. Oh, Klippe. Oh, Klippe. Nicht gut. Nein. Okay. Okay, das kriegen wir alles noch hin. Das kriegen wir alles noch hin. Nein, das ist nicht gut. Das Auto hat sich einmal komplett gedreht. Okay, okay. Das wird nichts mehr, oder? Das wird nichts mehr. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Steig aus. Steig aus. F, 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 F. Ja, dann kill mich. Alter, jetzt sind hier wieder 10.000 Stück. Maul. So. Jawohl. Oh, shit. Oh, nein. Ja, das war der Plan. Das kommt sogar bis drüber. Okay, warte mal. Alter, entspannt euch doch mal. Scheiße. Nein. Ach, und jetzt sterbe ich nicht, oder was? Vorhin fahre ich mit 50 km auf dem Auto auf und da sterbe ich. Und hier jetzt nicht, oder wie? So. Sehr nice. Warte mal. Au. Mann, dieser Mann. Das schöne Auto. So. Boah, ey. Immer diese Kackpassanten. Ja, fahrt nochmal über mich drüber. Ist okay. Ich hab's versch... Alter. Äh, dann mach ich eben noch eins. Warum nicht? So, bitte sch... Alter. Hört doch mal auf, gegen das Auto zu fahren, Mann. Höh? Achso. Ja, schießt es kaputt, wenn er nichts anderes zu tun hat. Oh, Mann, ey. Keiner mag mich. Ich stürze mich jetzt ins Meer. Wenn das überhaupt geht. So. Äh. Okay, Leute. Alles gut. Ich hab das alles im Griff. Ähm. Scheiße. Äh. Nein, 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 nein. Diese Richtung. Ja. Okay. Ja, aussteigen. Aussteigen, aussteigen Geil, guckt euch das an Junge What the fuck Ja und damit würde ich sagen Danke fürs Zuschauen Das war mega bekloppt Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Bis zum nächsten Mal Tschüss